Der ist mir voll in den Schuss gefahren. Möchtest du bei den Waffenbrüdern mitfahren oder bei den Idioten? Bei den Vollidioten, die sich von der Artie rausschießen lassen, obwohl sie kein Plan aufs Spiel haben? Oder bei den Spielern, die einfach im Film spielen? Mit diesem komischen neuen Premium-Panzer für 70 Euro durch die Gegend fahren. Nein, für 20, Koi. Ach so, wolltest du dich mal in die Gruppe mit einladen? Welche Gruppe? Was für eine Gruppe? Gruppe? Gruppe! Gruppe! Was ist Gruppe? Ich fällts Handynummer. Fackfrag, dann kennst du doch auch noch Nase. Fackfrag? Fackfrag? Komm, jetzt haut die Spieler rein. Amrek wollte ich noch fragen. Ahhhh! Entschuldigung! Können wir jetzt bitte weiterspielen? Dann kann ich noch weiter aufnehmen. Wobei die Aufnahme eigentlich glaube ich läuft. Aber fährt der Zelt mit? Ja, aber ist noch auf dem Disco. Das hat das Spiel noch gar nicht gestartet. Dann können wir noch mal eine Runde machen. Komm, Koi. Seh ich nix. Kutze bereits? Are you ready? Jo! Drei, zwei, eins. Los! Los! Dretti, meine Stimme wie Glitter. Los! Los! Schöpsel! Jetzt haben wir Acht mehr in die Team. Kannst du es nochmal machen? Nein. Bitte? Wolltest du es noch aufnehmen? Wolltest du es noch aufnehmen? Ich bin schon aufnehmen, du gelobst ihn. Ja. Also ich hab's schon voll drauf. Ja, genau. Aber auf jeden Fall nicht wahr. Wo fahren wir denn hin? Ja, wo wir immer hinfahren. Wo fahren wir immer hin? Kolbe auch wieder links, ne? Ja, links. Die Metklatscher. Habam, habam. Habam? 30 Sekunden, wenn der schneller lädt, alter. Wär das schön. Wie lang lädt das Ding denn? 30 Sekunden. Langsamer halt. Wie schnell lädst du eigentlich? 3,3. Du hast keinen Waffenbrüder, ne? Doch. So, lad ich... 3,30? Ja. Aha, okay, ich lad 3,38. Ja, na. Komm, ich mach, ich mach Rammen. Rammen! Ne, doch. Oder schießt schon Rhyme Metal. Der war auf. Häusen. Holzlum nicht ringsherum. Ach, Koi kriegt nen Killcloud, äh, getötet. Fress ich aber auch den scheiß Piloten da oben. Ich nicht. So wird dann es 100... So 101, ähm, 1. So flittet zwei Piloten. Heh. Wie kannst du durch nen Trum schießen, den Piloten? Da, ja. Vertical Head. Bist du den Piloten gerade durchgekommen? Jo. Geh weg da, Spick. Da ist zu, da oben die Ketten, äh, am schönsten drin. Ja, ich hab die Kette nicht rein gekriegt. Problem ist, kriegt auch ganz ein Schworn. Wuhuuu. So viel zu 0,4 Genauigkeit oder sowas. Oh, aua. Samper, was war das denn? Ja, genau. Das waren Gegner, die irgendwie gerade überall um mich herum sind. Ähm. Au. Bleib doch mal stehen, Mann. Bleib doch mal stehen, Mann. Zum Hill schießen sie schon runter. Ich krieg dich nicht ran. Wieso kriegst du die so geil ran? Weil ich hier so gut stehe, ich geh ja nicht auf dabei. Warum will ich nicht bewegen? Bewegen? Ja, das ist... Bewegen. 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 Wieso können die einfach hochfahren und drücken? Wieso kriegen die Werfer so gut runter und ich nicht? Auf, löchert ihr Obdurchschnitt. Das muss ganz schön ziehen da drin. Kein Sinn, auf den zu schießen. Äh... Da will wir gleich verlieren, sag mal. Ja, ne, der Mod 1 hat es gerade gefressen. Hinter mir! Alter, das botte doch den Hüll weg. Jetzt ist aber grässlich, kleine Su. Du? Hätten auf, ne. Gibt's eigentlich irgendwas Tolles beim 1. April oder so? Äh, es gibt einen einzigen Formsbeitrag. Äh, nicht einen Formsbeitrag. Aber so ingame nix, oder? Nö, nö. Dann kommst du da noch weg, der Hell ist gleich durch hier. Ja, ich muss jetzt erst mal diese Su da töten. Ja, okay, jetzt ist die Su tot. Äh, ja, ich kann jetzt drehen und wegfahren, aber ich weiss nicht, ob ich das überleben werde. Yes. Ich will jetzt einfach wegfahren. Ich auch. Aber das Problem ist, die andere Flanke sieht nicht viel netter aus. Ne, jetzt sind wir... Steht ne ISU und ne SU. Wieso fahr ich so langsam? Fahr ich rückwärts, ne? Ah, echt jetzt? Oh, oh. Schrittwagen. Scheisse. Shitwagen? Shitwagen, ja. Komm, ich lasse mit zwei HP stehen, ich stehe nicht ernst auf der Uder. Losen sie noch die Sabotie. Wofür sind unsere TLDs da? Ja, ich muss noch gerade die Su wegmachen. Loslist das Team, ja. Jetzt möchte ich gerne auf die ISU fahren. Gotcha. Kommt jetzt noch die Auti von hinten. Oh, da sind die Auti schon. Ich finde das nicht schön. Junge. Oh, toll, trifft mich die Auti. Für 816. Gibt keine besseren Ziele als ein Simon, ne? Ja, schau ich nicht. Weg ran, Mann. Weg ran, Mann. Zu lang gedauert. Mann. 1900 getankt, ey. Jetzt muss ich mal kurz abbeziehen, ach mal. AAAAAAAH! Weg da, weg da, weg da, AAAAAAAA! Wieso kriegt mich der Pilot noch so gut ran? Ich muss irgendwie schaffen, dass ich die Zoom von... Freimetall verpimpern, rüberfahren, ne? Verpimpern? Ich möchte echt wissen, was unsere Bots gemacht haben. Rotzen, rotzen. Lalalalalalalalalalalalalala. Komm, die Isu wird doch sicher denken, dass ich in die Base gefahren bin. Rechts, rechts, rechts! Also rechts. Ja. Hallo, Isu? Diese Gun, ey. Oh, Freimetall, hallo? Aber dieser Stritz-Scheiß-Wagen, ey. Bounce gescheit weg, hä? Was machen wir, ey? Wieder so ein Kack-Team hier. Aber der bounce gescheit weg, hä? Ja, wenn du dich so richtig hinstellst, hä? Den lässt man da... Zeitstrappen auf jeden Fall nicht. Ne. In den Winkeln vorne. Oh, shit. Oh, ich bounce erst mal. Ich bounce erst mal. Ja, aber auch nicht, ey. Das sind nur Gründer und Schweine, die wir vor uns sch... NEIN! Was war denn das jetzt für eine Scheiß-Runde? Ja, wo du siehst, unsere Top-Tiers, ja. Ich geh mal ein der Rauchen-Nase. Ja, ein Top-Tiers? Das ist eine gute Idee, war ja auch. Ach, der U, der ist. Ja, und der... Alphenantien ist eins. Schade. Jetzt wird's wirklich noch ausm Sieg-Schmort raus. Ja, Mann. Hast du richtig gemerkt, wie er die X-Taste suchen musste, ne? Naja. Soll ja auch mal ne schlechte Runde geben, ne? Ja, mir hab ich's jetzt verwöhnt. Aber so schlecht war's auch nicht, ich hab auch meine 1300 Damage. Ne, ich bin ja nicht mehr rumgefahren. Den einen Piloten hab ich... ...sechs Mal getroffen. Sechs Mal durchschlagen. 833 Gesamt-Damage gemacht. Hab ihm nur den Ladeschützen rausgenommen. Eins? Los. 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 Der ist geleckt, oder hat er es bei mir geleckt? Da sind wir ein Top-Tier. Jo... Vielleicht müssten wir mal das gleiche Special Match mit dir fahren? Nein. Ja, holts euch. 570 Euro Panzer. Wenn ihr mir zahlt? Heu. Er hat 20 Euro, hast du gesagt. Ich sag 20. Er hat irgendwas berechnet und hat gesagt mit Premium und bla bla bla, hast du nicht gesehen, das Gold aufrechnen ist? Premium 10 Euro, Gold 40 Euro, Panzer 20 Euro. Und, das sind wir noch. Ja, ob du das jetzt aufladen willst. Ja, genau. Das ist halt ne Ansichtssache. Ich würde den Panzer eh nicht fahren, weil der Panzer... Bäh. Rechts. Immer der politischen Richtung nach. Du bist mit dem IS und Trigger, brauchen wir nicht zu treten, Sander. Doch, sicher. Ich lade Gold durch und du machst Spass. Party. Party Party, Momati. Der IKV da. Ich hab schon mal ne Art, die. Kann das da gar nicht arbeiten, ey. Ist doch nur ein Weg. Ich hab schon mal ne Art, die. Kann das da gar nicht arbeiten, ey. Ist doch nur ein Weg. Guck mal, wie hoch du bist. Ja. Du kannst so oben aufs Dach spucken. Oh, jetzt hab ich ihn eingekommen. Oh, jetzt hab ich ihn eingekommen. Oh, jetzt hab ich ihn eingekommen, ey. Ist da eine kleine Mutter drin, oder was? Ist doch mobiler. Wahrscheinlich. Die ganzen Gegner. Ja, vielleicht hat er eine 20%-Code drin. Oh, die haben bloß noch ein Zehntel von der Karte. Das haben wir eingenommen. Nichts offen. Ja, dann weißt du, wo die alle sind. Gämpi, 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 gämpi. Der Platz ist doch auf dem Hügel da gar nicht. Ah, so cool. Guck mal, die zwei Top-Dehambys sind ja schon mal am Arsch von der Welt. Ah, da schießen sie doch schon alle aufm Emil. Jetzt kommen noch die zwei Sechse, die da vorfahren. Da fahr ich nicht rein. Warum muss ein Seid hier vorne rumpimmeln? Jetzt hat er da schön dem Uni Deckung gegeben. Ich fahr da nicht rüber. Scheiße! Okay, Koi? Was hast du denn? Ja, gleich. Der Tiger fährt johle auf mich drauf. Ach, der hat noch die kleine Waffe drauf. Komm mal. Moment, aber dann macht es mir umso mehr Angst, weil dann schießt der Scherde. Ich hab mir eine Uni-HA-Schelle gebaut. Wir kommen dann mit jedem Schuss durch. Komme, komme. Das ist wieder ein Bestopp. Kommt wieder. Ja, jetzt sieht es ihm schon besser aus. Nice. Wir haben jetzt da 50% des Lebens gekostet, aber... Au. Wir haben ja einen Tiger rausgenommen, ist okay. Gehst du den von hinten holen? Oder? Alter, wo vorbeist ich 34? Ich fahr schon mal zurück. Wohl nö. Jetzt nicht mehr. Pass auf links. Ja, bloß noch 125, ja genau. Dann sind wir gleich vor uns, während die ganzen TDs noch stehen. Ich fahr einfach gerade ans Haus ran. Kritischer Treffer. Fuck, hab ein Stämme gefunden. Jetzt darf ich nicht schießen, jetzt darf ich nicht schießen. Das sind zwei rote Bogen. Fertig gezogen. Fertig gezogen. Ja, gepaart mit dem 112er ist das schon wieder. Ist das getroffen? Der hat mir da oben mit KV 85 und so ein Scheißer. Ich traf so lange, bis er weg ist da oben. Wir werden ihn locker fertig machen. Der ist da nicht mehr. Gut, dass wir ihn schon mal runterschießen. Drei Mal draufschießen. Was ist jetzt? Eben. Ein Hick auf. Ja, und sie fahren immer noch weiter. Die Camper, die sehe ich. Seh ich den Typen halt nicht mehr, schade. Oh Gott, was ein Typen, ey. Wo ist die Hellcat? Ich geh mal nach links weiter hoch. Wo sind die drei jetzt? Nach Hildes, oder? Nach Hildes, jo. Nach Hildes? Bruce Willis? Oh, da kommt schon. Bruce Willis. Oh, unten oder oben? Oben. Oh, unten auch. Gesteht? Steh nicht rein von hier aus. Wo steht denn der an, oder? Wo steht denn der? Da krieg ich nicht rein. Glaub ich. Steht schön dahinter. So ein Box, fahr doch mal vor. Ne. Eiskalt stehen, ne? Und der 12er kommt gleich von hinten, ne? Hey, jetzt hätte er rausgedrückt. Es bleibt auch weniger hinterm Haus stehen. Meine Güte. Hast du den angefackelt? Ja. Wir sind fertig. Warte, ich block ihn. Hä? Hä? Das war irgendwie... Wollte ihn blocken, aber irgendwie sah er an mir vorbeigefahren. Das hab ich dann auch gesehen. Oh, bis du drehst und wendest die, ey. Das war halt nett. Zwei. 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 Los. Los. Hier ist gut. Los. Vielleicht jetzt rausschneiden und dann jedes Mal... Da sind sie ja. Wo, da sind sie? Ne. Guck mal. Aber im Gegner-Team ist auch so ein Mutant-Bot. Mutant-Bot. Gegen ein Team 2000 gefechtig, so kauft er sich den. Weil er denkt, oh geil, das ist heute exklusiv verfügbar, dann muss ich mir den kaufen. Könnte ein Sieg werden, hä? W-Pansons. 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 Was ist denn der Weak-Spot von diesem komischen, äh... Alien? W-Pansons. 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 Du kannst nicht fliegen. Kannst du auch auf Menschen übertragen? Du kannst nicht fliegen. Jedes Flugzeug tut dich ausweisen. Ja, wenn du nicht in den Sitz von dem Flugzeug reinhockst, dann brichst du unten durch. Klar! Bleibst du auf der Start, Depp. Du kannst dann echt Liegesitzer haben unten drin. Sein Fall wird erst im Erdmantel gebremst, dann fliegt er nicht mehr weg. Weil nach oben kann er ja nicht fliegen. Er hat sein eigenes Gravitationsfeld, ne? Ja. Mit Gravitation neu erfinden, so wie das Wargaming hier macht mit den Schissen, die ich abgebe. Au! Was ist denn hier los? Ich komme. Au! Ich bin offen. Oh nein, ein Tiger. Er hat mich gesehen. Und ich habe mich penetriert. Scheiße, wo kommen die alle her? Ja. Da. Das ist ein bisschen höher und hoch hier. Was macht denn der da? E25 geht YOLO, Alistar. Da guck mal, die sind im 6 schon der erste Bot. Oh, Alter. Geschichte. Vorne, hinten. Der müsste auf die Kette gestellt werden. Der wäre dann... Ja, aber... Kriegt ihn erstmal ran. Aber bis der zurückfährt... Okay, der muss da weg. Können die mal den Tiger da wegmachen? Der wundert sich jetzt, warum jetzt jeder bei ihm durchgekommen ist. Ja! Werd ich mit dir. Der versteht dann nichts vom Spieler-Bot. War ein bisschen. Aber hauptsache ein geiler Panzerkaufen. Boah, der kommt draußen. Wichser, ey. Wichser, ey. Wichser, ey. Wichser, ey. Wichser, ey. Och, dieser Tiger geht mir auf die Nüsse, ey. Nüsse. Keiner kümmert sich um den, Mann. Oh, was ist denn da? Keine Chance durchgekommen seitlich. Jetzt sind wir nur noch bei 59. Egal. Ich bleibe die Goldene. Ich treffe nicht. Hauptsache der GS3 hat da oben die Mädel. Aber das ist das ganze Gegnerteam. Aber alle. Anzählen. Fuck, Mann. Jetzt haben wir aber Pech, ey. Da bin ich eh drinnen. Ich treffe nichts. Ich treffe nichts. Ja, jetzt bounce wieder. Ich bin echt echt. Schieß doch das Haus weg. Ja, ich schieß doch schon. Also durch. Sonst dachte ich die Tür da raus. Dass er da rüberfahren konnte, ne? Ich hab übelst den Legs, ja. Ihr habt den Legs. Ich war einfach nur doof, dass die von vorne jetzt den Gleichrahmen call. Guck, die müssen doch gleich irgendwo stehen. Alter. Blüten. Und bewegen die nicht. Ich komm mal lieber vorder hoch, Mann. Diese M4 ist da. Die haben mich voll zerlegt. Wo ich den jetzt auch immer penetriert habe. Heet, 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 heet. Was haben wir jetzt hier oben stehen selber? CDC. Panther. Leo. Kromer. Oh, ich krieg den nicht auf. Rechts, rechts. Offen. Zend, du hast gefressen von vorne. Noch mal rechts unten. Ich mach mal ein Puddeling gut. Was, du musst dir ein Puddeling gehen? Ey, das gewinnen wir. Aber gut, das ist sehr gut. Dass die durch die Zoo hochfahren, fressen die extrem viel. Das ist perfekt. Vor uns. Okay. Der CDC ist doch da unten drinne. Ja, ja. Ich kann gar nicht vorfahren. Komm. Zwei sind unten. Oh, fuck. Der einzige, der stört ist der, ist der, ähm... Scheisse. Der Manta halt, der mir durchkommt. Manta? Da. Oh, da ist der CDC. Oh, shit. Scheisse. Kriegen wir irgendwie runter gerammt? Ah, den kriegen wir einfach weggedypt. Gewinn? Wo war der CDC? Einfach runter. Au. Löwe hat geschossen von rechts. Wissen wir, kommen wir runter. Kummel. Wollen wir runter drücken? Ja. Pante zuerst, ne? Leo, auf geht denn Leo. Warte, Pante Rahmen. Geil. Oh, jetzt werde ich sterben. Schade. Boah, alter. Das war eine Sekunde, so einfach. Ja, das war eine mili Sekunde, sogar. Fühl ich mir auch noch mal aus zum klappern. Ich bin gleich fertig. Naja, egal. Es war gut. Das war schon gut. Aber das sieht man halt, ne? Gleich zu Beginn dieser, dieser... M6A2E1. Kein Plan vom Spiel überhaupt so ein T8-Pante zu besitzen. Versuch, der kann nicht wohnen. Boah. Da hat der noch einen gedrückt. Ach, da hast du noch einer. Ach, der Leo hatte die kleine Waffe drauf. Darum hat der so schnell geschossen. Der kann mich rausnehmen. Darum hat der so schnell geschossen. Und die Art übrigens hast gar nicht du den Killer gekriegt. Koi, die hat sich selber getötet. Nö, ach so. Und durch das, durch das, dass sie dich getroffen hat, hat sie sich mit HE serviert. Wir sind fertig. Guck mal, wer hat... Wer hat hier das Spiel gemacht, Koi? 2-7 Damage für den Ding. Ja, und ich 2-6. Wir haben beide über 5000 Damage hinzu. Ja, das Ding ist echt geil. Gut, fertig. Letzte Runde.